Was ist das, was er jetzt sagt? Das musst du einfach machen. Hallo! Ich hätte ganz gerne einen Cheeseburger, wenn wir hier mal senden. Da nehm ich einfach. Nicht drüber diskutieren, einfach einhören. Hallo! Ja, er hat gesagt, wenn ich du wär. Und wenn ich... Und wenn ich du wär? Nee, 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 nee. Wenn ich ja dran. Wenn ich du wäre? Ich hab das mal Tag zu Tag. Ja, der ist der Tag, der Herr. Oh ja, der ist der Tag, der Herr. Okay, dann will ich doch mehr. Hör dir einfach nur mein Essen an. Dann würde ich ne kleine Pommes nehmen. Mit viel Hosen. Und Zucker. Und Zucker. Und Sperma von dir. Was ist das, du mit dir schlafen? Ein Fettgebäuch. Warum? Das ist doch Attraktiv. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das war jetzt aber auch. Du spielst jetzt, denn das ist dein schlimmster Tag. Nein, hör auf. Mensch, mach fast doch mal ein. Nein, Klaas ist nicht da, ich darf das nicht. Auf jeden Fall. Ja, dann spielst du das doch einfach auf Klaas, oder? Nee, das ist ja Klaas nicht da. Jetzt bist du immer Klaas. So, du brauchst ja gerade schon den Cheeseburger. Du brauchst ja gerade schon den Cheeseburger. Wir haben doch ganz andere Sachen geschehen. Jetzt. Jetzt. Wir machen das ja sehr scheißegal. Ja, dann kommen wir uns die Bürger an. So, kurz auf. Ja, aber warum können wir das? Das sind beide. Das sind beide. Ja.